So, und let's go. Warte, worüber? Also, Senna hat sehr gesunde Pick-Rates, sehr gesunde Win-Rates. Ich weiß nicht, warum Reitz sich denkt, oh, scheiße, Leute, Senna, äh, äh, Balanced. Okay, vielleicht kann man sagen... Ach, scheiße. Vielleicht kann man sagen, ey, die Leute haben sich noch nicht gewöhnt, mit ihr zu spielen. Oder gegen sie. Aber, Leute, 11% Pick-Rate, hohe Bann-Rate. Dann sagt schon, ey, ich spiele das aus. Close to be balanced, Alter. So, ich mach mal 53% Win-Rate. Warte mal. Echo, Gragas, Graves, Graves? Katus, Alter. Moment mal. Müsste Katus nicht giga-broken sein, wenn man ihn nicht invadet? Ich kann, ich kann alles farmen, was ich möchte. Ich krieg generell mehr Gord. Ich kann, okay, kein Drache. Leute, Katus, let's go. Oh, Master Yi, okay. Ne, dagegen will ich Dingens nicht spielen. Oder doch? Oder doch? Komm, Leute. Jetzt nimmt einer Kayn und invadet dich zu Tode. Niemals. So, Leute, zudem brauchen wir Magic-Damage. Okay, warte, wer ist denn immer mit? Dark Harvest nehmen wir. Oh, warte mal, der Dingensbaum nutze ich nicht mehr. Red Presence of Mind genervt worden ist. Oh, wo gehen wir jetzt rein? Nehmen wir diese Kombination einfach mit? Denn wir kriegen hier ja noch ein bisschen Mana wieder. So, das ist scheißegal. Kup de Gras, cool. Aber ich hab sonst nichts anderes im Baum, was ich nutzen könnte. Vielleicht Triumph, I guess. Nehmen wir einfach das hier, oder? Aber für so richtig Geschittstompe. Leute, heute ist Ausprobiertag. Wir spielen jedes Game einen neuen Champion und probieren aus, okay? Ganz einfach. Ich weiß, ihr seht euch da nicht drauf, aber die Bockwurst-Kanone, die hat... Naja, sie hat Bock. Ich glaub, wisst ihr, was ich mache? Ich mach Rapplers, Red Crocs, Gebace, mach unten und jungle mich dann wieder nach oben hin. Leine Anzug, richtig erot ist nebenbei. Aber mein Psyaner-Anzug ist cooler. Den will ich sehen. Den will ich sehen. Er kann nicht cooler sein als meiner. Ne, ich werd Wild Rift nicht zocken. Ich würd LOL auf dem Handy. Wir machen das anders. Ich mach Rapplers, Red Crocs. Was ist denn ein Psyaner? Du weißt nicht, was Psyaner ist? Pokémon? Weil dann kann ich, wenn ich unten anfange, kommen zuerst meine Rapplers wieder, danach direkt die Crocs. Willst du Project A zocken? Ne, Leute, ich mag Shooter nicht. Also soweit will ich bei LOL bleiben. Vielleicht das Kartenspiel mal. Das hört sich für mich interessant an. Bro, du musst nicht so viel tanken. Ich meine... Der wird reset... Der wird reset... Scheiß mal auf Kiten, Leute. Wir gehen gleich so, das ist auch nicht best. Lass mal den hier nochmal eben mitnehmen. Oh mein Gott, Leute. Krabbe ist gerade mein größter Erzfeind. Ich muss Skillshots treffen. Okay, Leute. Mein Kier geht auf, weil jetzt kommen gleich meine Rapplers wieder. Perfekt, Leute. Wir sind Big Brain Jungler. Wir sind Gigabrain Jungler, Leute. Okay, denkt ihr, ich kann den Drachen jetzt soloen? Denkt ihr, Kados ist stark genug dafür? Na, die laufen in meinen River rein. Leute, Kados ist mein Erzfeind. Spaß, Alter. Ich bin... Bester Kados der Welt. Du Lucky. Der, was für Luck? Das ist ein Skill. Haha, later. Later. Allahu Akbar. Oh mein Gott, Alter. Ich bin so ein guter... Ich bin so ein guter Jungler. Farm Jungle everyday. Dö, dö, dö. Dö. Guck, Alter. Bam, Alter. Wir farm einfach alles. Selbst wenn ich keine Mana habe, wird der Jungle gefarmt. Bam, Alter. Kein Problem. Jetzt zerk. Alter, er macht Harald, der Penner. Ich mach das gute Objective. Bam, Alter. Out Jungle. Digga, ich hab 10 Stacks. Ich hab 10 fucking Stacks. Woher? Woher? Ich spiel Kados. Ich hab nix gemacht. Ohne Witz, Leute. Ich mach gar nix. Jetzt, not even joking. Ich farm einfach nur. Drück auf Ulti. Ne, Quatsch. Was für Minja ist. So, wenn ich sterbe, sind meine Stacks... Bam, Life Rack. Eigentlich ist der Ocean Dragon voll scheiße. Das ist gar nicht mehr so cool. Das Mana war immer das Wichtige. Welches Level ist denn hier? Level 7. Ha, ha, ha. Oh, bist du süß. Komm her. Komm her, Boy. Komm her, Boy. Komm her, Boy. Der Robotman kommt. Ich geh einfach von oben nach unten, farm alle Camps ab, krieg wieder nen Blue Buff und dann drück ich auf Ulti. Und mein ganzes Team leidet eigentlich gerade. Ah, easy, man. Easy ist Jungler. Komm, flash mich an, tötet mich, GG. Der hält sogar nichts aus. Der hält nichts aus. Guck, Leute. Mit nur einer Hand. Mit nur einer Hand. Alter, ich carry das ganze Game. Ehre. Let's go. Ich wusste nicht, ob... Ehre. Zwei Level über ihm, Leute. Was soll der Scheiß? Naja, ich spiele nix anderes mehr als Kartos. Ohne Witz, Mann. Ich glaube, ich bin gemacht wie diesen Champion. Ey, yo. Ey, yo. Holy shit, was tut er so weh? Äh, leck. Deswegen hol ich mir keinen Mejais. Ich kann halt nicht vorsteppen. Ich kann den hier machen. Okay, nice. Leider keine Seele bekommen, aber das nehme ich auch an. Hä, bekomme ich deine Nummer? Nein, Mann, Alter. Soll ich dir meine Nummer geben? Stimmt, schickst du mir nur irgendwelche Fußfotos oder so. Oh, Drache kommt gleich. Drache kommt gleich. Aber wir gehen nochmal vorheben einmal in die Base. Digga, schon wieder dodged er durch Alpha, weil irgendjemand da rangeht. Ne, oder habt ihr Pech gehabt? So, jetzt kriegen wir Dragon's Soul, ne? Ah, okay. Also, Damage ist im Haus. Dat, äh, dat hat gesheppert. Du bleh. Du bleh. Äh. Äh. Leute, kann das mal jemand entfernen? Geh, 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 wir haben gewonnen. Leute, wir haben einfach gewonnen. Digga, was ist? Habe ich hier Joghurt auf meinem Mauspad? Es riecht nicht nach Joghurt. Oh, oh. Leute, ihr wisst genau, was es ist. Ah, ich wurde hops genommen. On stream. Ah. Leute, ey, ey, Twitch, Twitch. Bitte nicht spannen, okay? Bitte nicht spannen. Okay, Leute, was spielen wir jetzt? Wollen wir jetzt Kane probieren? Also, Kartos war okay, I guess. Ich will Kane auf jeden Fall einmal probieren. Ich will Graves probieren. Nocturne. Nocturne. Leute. Nocturne, let's go. Ist Kane? Spielen wir jetzt Kane oder spielen wir was anderes? Digga, ich könnte sogar, ich könnte sogar theoretisch Diana Jungle spielen. Oh, ist gewonnen. Scheiße, nehm ich. Denkt mal darüber nach. Ich könnte Diana in den Jungle schicken und sie dort safe scalen lassen. Das ist Twitch Jungle. Verdammtes Scheiß, Leute. Wir sind im richtigen Kack-Match-Up drin. Wieso nicht Nocturne? Ich musste spontan irgendwas instant picken. Das ist mein Lieblings-Skin, Leute. Ablen ist so hot, man. Hier sieht sie voll jung aus. Maxi. FBI open. Ja, natürlich ist es Tank-Chogat-Mitte. So, was denn sonst? Soll ich nochmal genau ihr Gesicht sehen? Moment mal, ich mag das Kind doch nicht mehr. Ich habe jetzt bemerkt, sie hat kurze Haare. So kurze Haare sehen so scheiße aus. Also, meine Meinung. Die Haare sind nur hochgesteckt. Ja, aber sie hat hier kurze Haare. Ich glaube, sie hochgesteckt sind oder nicht. Das kann ich da nie wieder weggucken. Meinetwegen hat sie Haare, ne? Sollten wir auch schon mal dankbar für sein. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich hier die Skill-Order mache. Im Normalfall habe ich jetzt noch einen Punkt im Wege-Skillt. Stellung, ihr vertlange Haare. Ah, geile Sau. Hm, bin ich im Jungle schneller, wenn ich jetzt W-Skillt oder wenn ich jetzt noch einfach eine Kuh mitnehme? Das hier ist jetzt eine wichtige Frage. Einhörner, existiere nicht, dann schaut ihr mal mich an. Okay, Rengar ist immer noch Level 3. Ich glaube, ich könnte jetzt nach meiner Route gleich ganken gehen. Also, Leute, wir betreiben hier schon Hardcore-Power-Farming, ne? Also, würde ich natürlich auch nicht in jedem Game machen. Wie Cain im Jungle sein wird. Cain wird eines seiner alten Probleme noch bekommen. Warum ist der schnell 5? Braucht irgendwelche neuen Routen, Leute. Ich muss doch etwas besser verstehen, wie das mit dem Jungle läuft. Warum ist er schnell 5? Ja, Cain braucht ja immer noch seine Form. Cain kommt da schnell durch den Jungle durch, aber da ist doch Ende. XP von der Lane. Hat er sich was solo gesnackt? Aber das kann sein. Aber die fallen immer. Ja, boh, ich hab auch weggepingt. Ne, ich hab kurz darüber nachgenommen, ob ich nicht anflasche. Okay, wir brauchen zwei Durchgänge für Level 6. Ich muss mal nachschauen, dass ich zwischendrin Zeit finde für einen Gank. Okay, 600. Schmeckt. Den werden ich nicht töten können. Können eben nochmal ihm ein bisschen chunken. Sollte ich ja nicht nur Boardcampen. Ein paar Sekunden später. Jungs, komm ich noch weg? Ähm, 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 das Ding jetzt gehen. Wir brauchen den Spellen. Oh, scheiß, den Funnel ist weg. Hm. Dass sich der Darius direkt Sanguine Blade geholt hat, das ist, äh, nicht normal. Nice. Ah, gut, ich lebe noch. Noch, 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 immer noch. Ah, ich lebe gegib. Ja, ich lebe natürlich wegen der Fragenpreise immer nicht. Was stimmt das? Digga, normal. Silphi, wann kriege ich Belohnungen? Silphi, welche Champions sind stark? Silphi, äh, wenn ich in der Preseason jetzt Diamond mache, kriege ich dann Diamond-Belohnungen? Ah, ist tot. Äh, okay. Kriege ich halt nicht tot. Da ist der Chugat da. Der drückt mal 1 Silence rein, ich kann auf K gehen. Okay, cool. Oh, lol. Bin ich tot? Ja, müssen alle tot. Okay, dat game is over. Lol, instant weg. Ey, Leute, Rengar wird nicht broken sein in dieser Season. Ich meine, klar, wenn Ocean Dragon da ist, geht seine Winning Chance höher. Klar, Leute, Gebüste sind immer gut. Wenn aber Infernal da ist, geht sie auch wieder nach unten hin. Und wenn dann weder einer von den beiden da ist, juckt auch nicht. Das heißt also, 50-50 Chance, dass er einen guten Drachen hat. 50-50 Chance, dass er einen schlechten Drachen hat. Und sonst, ja, okay, eigentlich ist es eher 25%. Und sonst, ja, okay, alles 것을